Die Karnevalsgesellschaft Humor Metzisch ist eine Hochburg im Karneval und vor allem bekannt wegen den Tänzen. Begrüßen wir die Gemischte Garde vom KG Humor Metzisch! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das ist der KG Humor-Matzisch, der KG Humor-Matzisch. Herzlichen Dank an euch und wir verabschieden euch und sagen danke mit einem dreifach donnernden Allee! 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 Und Ausmarsch!